Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wo wir diesen ganzen neuen Stuff finden können, der mit 1.18 oder 1.18 auf die Server gekommen ist. Wie den Granatwerfer, die Munition für den Granatwerfer oder das ganze Sprengzeug, die Claymore, die C4 und so weiter und so fort. Wo wir das finden und warum, wieso, weshalb sich das so ergibt. Let's go! So, und dann gehen wir einfach mal in die Dateien. Und zwar haben wir als allererstes in unserer Limit Definition ein neues Value, eine neue Value Flag. Und zwar die Unique Value. Wir wissen ja, wir haben unsere vier Tierstufen, in denen der Loot eingeteilt oder unterteilt ist. Und dort haben wir jetzt eine fünfte Stufe im Prinzip dazu bekommen, die Unique, wo wir jetzt aktuell momentan nur bestimmten Loot halt drinne finden. Wir können es halt abändern, auf privaten Servern, wie wir wollen. Auf öffentlichen Servern ist es relativ begrenzt, was diese Unique-Geschichte angeht. Wir gehen jetzt erstmal in die Gegenstände rein. Das heißt, wir gehen in die Types.xml. Und dort haben wir ja unsere ganzen neuen Gegenstände, wie die Daring-Up zum Beispiel. Dort spawnt aktuell nur die Graue. Die Pinke und die Schwarze sind nicht aktiviert, also haben keine Mengenangabe. Das heißt, die spawnen uns so nicht, sondern nur die Graue. Wir können sie einfach mit reinschreiben. Dann würde sie uns jetzt in allen Bereichen auf Tierstufe 1 und 2 überall, wo Waffen liegen könnten, theoretisch abgelegt. Ja, und die Daringer selbst, die Graue, die finden wir in den Städten. Tier 1 und 2 Bereich, Tier 3 und 4 finden wir sie nicht. Was hätten wir noch als nächsten Gegenstand? Wir hätten die Gasgranate, und zwar hier. Auch die hat keinen Spawnpunkt hinterlegt und hat auch keine Mengen. Dementsprechend spawnt die auch eigentlich erstmal nicht. Auch hier können wir einen Spawnpunkt hinterlegen und unsere Mengen angeben, dass uns diese Geschichte dann auch dementsprechend spawnt. So, dann der nächste Gegenstand, den wir haben, und zwar hier, der Fireworks-Launcher. Diesen finden wir ausschließlich in den Luna-Parks. Das heißt, überall da, wo wir ein Karussell sehen im Prinzip, kann uns das Feuerwerk spawnen. Als nächstes hätten wir dann rein theoretisch nur noch die ganzen Sprengstoffe und die Munition und den Granatwerfer mit der dazugehörigen Munition. Dafür können wir uns jetzt direkt die neue Value suchen, und zwar das Unique. Und sehen, bei dem Granatwerfer haben wir eine Menge hinterlegt, zwischen einem und drei Stück, Spawner Random auf der Map. Und haben hier die Kategorie Weapons, Military als Usage und Unique als Value. Heißt, für uns, wir finden die Waffe nicht auf Militarys, sondern sie ist verteilt in die Value Unique. Wie finden wir jetzt diese Value Unique, und was sagt uns das? Das ist ja was Neues. Wir haben ja nur vorher Tier 1 bis 4 gekannt, und als neue Tierstufe im Prinzip, als neues Value, ist uns jetzt Unique hinzugefügt worden. Und ja, wie wir das Ganze jetzt finden, schauen wir uns an. Und zwar gehen wir dafür einfach in unser DayZ-Tool, wo wir die Tierstufenbereiche und sowas verändern können. Und hier haben wir jetzt die neue Value-Flag, Unique. Und da sehen wir schon, hier sind überall diese gelben Pünktchen. Das ist diese Unique-Value. Überall so ein bisschen verteilt auf der ganzen Map, haben wir so ganz kleine Bereiche, die jetzt die neue Value tragen. Also die neue Tierstufe im Prinzip, wenn man so will. Dann hatten wir da drauf Military. Military haben wir angehakt, sind diese ganzen roten Punkte hier. Und das Einzige, was mir jetzt so direkt ins Auge fällt, ist einmal hier oben der Bereich, und einmal hier unten der Bereich, wo wir einen roten Punkt mit bei dem gelben bei haben. Das haben wir sonst überall nicht. Weder hier unten auf dem R-Field, noch hier oben in der Stadt, noch sonst wo. Heißt aber für uns, wenn wir da ran zoomen, wir haben hier unsere Value und der Militärbereich, der ist aber außerhalb der Value. Das heißt, das zählt schon mal nicht für uns. Wir haben unsere Value, Unique. Und hier drinnen müsste jetzt Military sein, dass der Granatwerfer hier spawnen könnte. Wir haben aber das Military außerhalb der Unique-Flag. Also, spawnt uns hier schon mal nicht der Granatwerfer. Hier haben wir auch nochmal einen roten Punkt. Aber auch der befindet sich außerhalb unserer gelben Markierung. Also außerhalb unserer Unique-Flag. Und das gleiche hier oben. Ist auch rausgekommen. Ich denke mal, es war vorgesehen, dass es diese Spawn-Punkte sind, wo man den finden kann. Bis die sich was anderes, wie ich finde, auch Besseres überlegt haben. Ja, wir haben hier eine Value, wo wir Military mit drin haben. Das ist, können wir mal eben gucken, wo das ist. Genau hier links neben an. Machen wir uns einmal iSurvive auf. Filtern mal eben. Wir machen mal eben alle Namen weg hier. So, dann schauen wir mal hier bei iSurvive eben, wo der Spawn-Punkt ist. Und zwar war das Ganze hier. War das jetzt hier unten? Oder war das da oben? Wir gucken noch einmal eben rein. Da ist es der obere. Wo wir ein Military mit in der Value haben. Das wäre er hier. Und zwar rein theoretisch in diesem Wachhäuschen würde uns dann auch der Dingens mit spawnen können. Das kann aber ja nicht der einzigste Spawn-Punkt sein, wo man den Granatwerfer finden kann. Was hat also diese neue Value zu bedeuten? Wir haben weiteren Loot, den wir uns anschauen können, der dann hier in die Values, in die Value Unique eingelegt ist. Aber wir haben ja jetzt noch den Granatwerfer, den wir suchen. Dafür gehen wir wieder zurück in die Dateien. Und zwar haben wir in den Dateien die Value Unique. Und die spiegelt sich in einigen Dateien wieder. Und zwar haben wir die zum Beispiel ja in den Types für einzelne Loot-Gegenstände. Wir haben es in den Limit Definition, klar, damit wir es überhaupt besitzen und haben. Wir können aber auch dann mal in die neue Datei reingehen, und zwar in die Event Groups. Und wenn wir da nach Unique suchen, finden wir nichts. Also müssen wir weitersuchen, was hat die Unique zu bedeuten. In der Map Group Proto werden wir sie aber finden. Und zwar haben wir da zweimal die Unique. An zwei verschiedenen Gegenständen haben wir die Unique Value mit dran stehen. Das sind zwei Militärcontainer, zwei unterschiedliche, einmal der 1MOH und einmal der 1MO. Und diese zwei Container, die finden wir jetzt wiederum in der Event Groups wieder. Wenn wir uns den Container hier jetzt einfach mal rauskopieren, in die Event Groups reingehen und den Container in der Event Group suchen, dann finden wir den auch. Sowohl den 1MOH als auch den 1MO. Beide Container können hier auf verschiedenen Zügen spawnen. Welche das sind, schauen wir uns an. Und zwar ist das einmal der Zug bei Petrovka, der Zug bei Mischkino, der Zug bei Metalurg, der Zug bei Kamenka. In diesem oder auf diesen Zügen können dann Militärcontainer mit drauf sein und in diesen Militärcontainern haben wir ja unsere Value Unique. Das heißt, da drinnen spawnt uns dann der Granatwerfer. Also finden wir den Granatwerfer eigentlich nur in bestimmten Bereichen und zwar einmal hier in dem Wachhäuschen und zusätzlich finden wir ihn hier an verschiedensten Punkten auf den Bahnschienen, wo der Zug spawnen kann. Das Ganze können wir uns auch einmal anschauen. Und zwar machen wir einfach alles an Loot wieder an und dann haben wir hier unten schon den ersten Zug. Das wäre der bei Kamenka, der zufällig der spawnen kann und zufällig dann auch random den Granatwerfer bei sich führen kann auf dem Zug in den Militärcontainer. Der nächste Zug wäre dann bei Selenogorsk. Dort haben wir aber keinen Militärzug, der spawnt, sondern der nächste Militärzug, der spawnt, wäre ich hier am Stausee. Dort könnten wir unter Umständen den Granatwerfer auch finden. Wir gehen weiter. Und hätten dann noch einmal einen Zug weiter oben. Mavilowo ist keiner. Und zwar wäre der nächste Zug hier. Oben bei Novaya Petrovka wäre dann der nächste Zug, der Militärstuff bei sich tragen kann. Soviel dann zu den Granatwerfern. Den Granatwerfer wie gesagt finden wir nur in bestimmten Areas beziehungsweise nur in einer bestimmten Area und wir können ihn random auf den Militärzügen finden. Wir gehen weiter in die Dateien zu den anderen Gegenständen die wir noch so haben. Und zwar haben wir hier den Plastik Sprengstoff. Bis zu fünf Stück Spawner random auf der Map und zwar haben wir da die Kategorie Explosive die Usage Industrial das heißt es sind schon mal nur Industriegebiete wo wir den Plastik Sprengstoff finden und das aufgeteilt in der Unique Value Tier 2 Tier 3 und Tier 4 Das heißt allen Industrials Tier 2 Tier 3 und Tier 4 und in der neuen Value Unique Da gucken wir wieder auf der Karte nach und zwar haben wir hier unsere Bereiche und wenn wir jetzt Tier 2 3 und 4 mit reinnehmen dann sehen wir dass wir hier bestimmte Bereiche haben die Tier 1 sind die die Unique Value zwar haben aber da die sich im Tier 1 befinden wird uns da der Loot nicht spawnen anders wie hier hier würden wir finden oder hier oder auch im Tier 3 Bereich haben wir verschiedenste Punkte wo wir ihn finden können wenn wir Tier 4 hier nochmal weg machen sehen wir da sind wir hier drin das wären dann alles die Orte wo wir den Plastik Sprengstoff finden würden dann gehen wir einfach nochmal auf den nächsten Gegenstand der Unique bei sich trägt und zwar ist das die Fernzündereinheit für den Plastik Sprengstoff oder für die selbst gebaute Bombe die wir seit dem Update machen können auch hier haben wir Industrial und die Value Unique das heißt den Fernauslöser den bekommen wir nur in den Industrials die auf dieser Unique Flex mit drauf liegen da können wir auch wieder auf der Karte gucken wir haben keine Tierstufen mehr das heißt die können wir uns wieder weg machen und können dann halt hingehen und gucken wo haben wir jetzt Industrial überall wo wir dann halt auch die gelbe Markierung mit drüber gelegt haben hier in dem Industriegebiet haben wir halt können wir schauen weiter hier haben die Munition für den Granatwerfer Gas Munition die finden wir nur in der kontaminierten Zone also nur in den permanenten Toxic Zones die Explosive Munition also die Spreng Munition für den Granatwerfer finden wir dann nur auf Military Tier 3 und Tier 4 und zusätzlich dann aber auch wieder auf Military Unique wie wir gerade ja schon herausgefunden haben haben wir Military Unique ja im Prinzip nur einen Spawn Punkt diesen einen Spawn Punkt hier hinten kann ja nicht alles sein wo wir diesen Loot Gegenstand finden also auch da wieder die Dateien ein wenig durchforsten und dort haben wir dann zum Beispiel einen neuen Eintrag für in unserer Spawnable Types in unserer Spawnable Types haben wir die Munitionsbox die Munitionsbox die ist ja so oder so seit ein oder zwei Updates gefüllt mit Munition und dort haben wir jetzt auch die Explosive Munition mit drinnen die drin spawnen kann auch die Gasgranate kann im ganz seltenen Fall mal da drin sein für den Granatwerfer aber hier finden wir dann zum Beispiel unsere Explosive Munition für den Granatwerfer mit drinnen oder halt was wir gerade hatten in unser Event dem Zug dort haben ja die zwei Militär Container mit der Value Unique und wenn wir dann ein Gegenstand haben wo wir Military haben und die Value Unique mit bei ist dann wird uns das auch mit in den Militär Containern auf dem Zug spawnen also die Explosive Munition finden wir überall auf allen Militär Gebieten im Tier 3 und Tier 4 Gebiet wir finden sie am Heli Crash in der Munitionsbox und wir finden sie bei dem neuen Zug Event die Rauchgranaten spawnen halt random auf allen Militärs Tier 1 2 3 und 4 auch in der Value Unique die werden auch mit in dem Zug liegen weil sie einfach nur die Usage hinterlegt haben wenn wir sonst noch reingucken die Claymore diese finden wir auch wieder Military Tier 3 und Tier 4 und auch wieder Military Unique das heißt auch hier wieder in diesem einen Spawn Punkt den wir uns auf der Karte angeguckt haben in dem Event Zug der uns auf der Karte spawnt und halt auf allen Militär Bereichen ja soviel von meiner Seite zu den Spawn Punkten beziehungsweise eigentlich den neuen Spawn Punkten für die neuen Gegenstände die wir auf den Servern haben ich hoffe das Video war hilfreich und hat soweit gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten Mal Ciao